Ja, Hallöchen und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Rocket League Spielchen. Season 2 sind wir. Und ich spiele. Wann ist das? Achso, das ist die Playlist oder was? Okay. Ich will ja spielen. Die Playlist brauche ich ja nicht. Spiele online in Ranglisten spielen. Zwangslos in Ranglisten starte in 4 Minuten. Turniere. Training. Extra Modus Ränge. Spiele online in Extra Mode. Das probieren wir. Oh, da sehe ich ein Seil hochgehen. Da muss man den Ball fassen oder was weiß ich was. Da bin ich wahrscheinlich noch zu dumm dafür. 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 Chaos. Duell 1-1. 1 gegen 1. Ähm. Könnte man also... 1 gegen 1. Da bin ich noch ein bisschen zu schwach. Ich glaube ich mache erstmal das normale Spiel nochmal. Zum Trainieren. Fürs Training. Oh, es zittert schon. Und los geht's Leute. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du nicht... Noch nicht im Team bist. Dann würde ich dir raten. Abonnieren. Glocke betätigen. Und auf alle Fälle... Gefällt mir drücken. Jawohl, super gemacht. Ach, super. Voll daneben gesprungen. So, jetzt müssen wir uns den Ball holen. Sehr schön. Ah, voll daneben gesprungen. Nein. Wo ist denn der Ball? Ah, Wahnsinn. Und wieder. Oh, Lotte. Torschuss. Gestern. Sehr gut, mein Freund. Sehr gut. Marley Cook. Mal, ich gucke mal, was du für ein schönes Tor gemacht hast. Da ist er in die Luft geflogen. So geil. Ja, ich muss immer... Ja, und ich rutsche immer daneben. Wahnsinn. Ich muss mich da so konzentrieren. Ich kann fast nichts reden. Ich muss mich dann aufsetzen. Was hat denn? Er hat den Bus. Super. Weghauen da. Boah, jeder springt voll daneben. Wir führen noch 1-0. Ich hoffe, das bleibt noch so. Da ist der Ball. Vorlage für Cook, den wo ich hergegeben habe. Sehr gut. Parade von mir. Pass. Jetzt komm, jetzt muss ich zuschlagen. Was macht er? Warum macht er das? Leute. Ich gehe ein bisschen zurück. Ich lasse mich ein bisschen zurückfallen. Ich muss den retten. Hilft nicht. Jetzt komm rein. Super gemacht. Super. Von den Gegenspielern muss ich natürlich auch mal loben, die Gegenspieler. Jetzt haut er mir weg. Der wäre so. Nein, wo bin ich denn? Das war mein Fehler. Das Tor geht auf mich. Ich habe einen Scheiß gebaut. Ich bin voll daneben. Den hätte ich haben müssen. Ich fahre lauter schnell, schnell. Aber Gott sei Dank führen wir noch. Da komme ich nicht dran. Komm, kriege ich ihn nicht rein. Das ist scheiße jetzt gewesen. Nein. Das ist so schwierig zum Drehen, das Auto. Dass ich nicht raus entschärfen konnte. Also retten konnte. Das heißt jetzt Komm, dafür muss ich jetzt das Tor schießen. Tor. Yes. Ich muss ja meine Fehler wieder ausbessern. Verstehst? Sehr schön. Gerade noch rein. Ach, Leute. Der, der gerade dort steht, müsste normal den Ball reinschießen. Ach, ich drehe ihn nicht richtig. Noch eine Minute. Ach, scheiße. Nein, was mache ich denn da? Der drängt mich weg. Unter Kontrolle. Nein, jetzt hat er mich gefoult. Red rein. Komm schon. Komm mir nicht dran. Das wäre es gewesen jetzt. Zum Abschluss. Wahnsinn. Die Krone hat zuttern. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber wenigstens habe ich meinen Fehler wieder gut gemacht. Und das Tor gemacht. Das ist Stress. Aber ich bin Punktezahl erster. Wieder erster. Geil. 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 Ich hätte gedacht, Sultan hatte Krone. Aber das ist wieder ein Ding. Momentchen. Das war geil. Das war auf alle Fälle geil. Wir haben noch Zeit. Wir können noch ein Spiel mehr machen. Ach, okay. Bereit. Zurück zum Hauptmenü. 5 Reingaben. 5 Reingaben. Wird das so wirklich? Ja. Weil wir brauchen noch ein kleines Spielchen, oder? Ein Spielchen machen wir noch. Das ist geil. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Spiel, hey. Ich mache gerade schon mehrere Aufnahmen. Und... Oder sollte man 1 gegen 1 machen? Oh, es verbindet schon. Es geht los. Wegen 9 Minuten. Die Kopfhörer, Moment. Ich muss die neu. Der Friseur dürfte ja wieder mal aufmachen. Ich brauche wieder Haarschnitt. Ich habe voll die falsche Seite gedreht. Jawohl, sehr gut gemacht. Ich bin wieder... Absichern, absichern, Leute. Acht, jetzt hat er mich weggedreht. Oh, hier kommt er mit dem Sprung noch nicht klar. Die Sprünge... Einer muss hier retten. Ach, Scheiße. Und wohl daneben. Ich drehe immer die falschen Kreisen. Was macht denn er? Macht er bald ein Eigentor. Macht sein Eigentor, jawohl. Komm, und jetzt muss einer da sein. Der, wo mein Ball da rein poxt. So, und jetzt, komm. Danke, Kopfhörer, und? Ja, das war eine super Vorbereitung von mir. Aber das Drehen ist noch ein bisschen schwierig. Da habe ich reingebracht und da Kopfball. Kann man nicht Kopfball sagen, aber gut gemacht von mir. Muss ich mich selber wieder loben. Nein. Warum macht denn er von Seite? Leute, von der Seite braucht ihr gar nicht reinfahren. Und die Seite bringt es auch nichts, wenn ihr da reinschießt. Ach, hm. Ich bleibe ein bisschen im Hinterhalt. Jetzt könnte man drehen. Ist der drin? Jawohl, super. Trotzkehen. Rostkehen, heißt er. Zeitlupe zeigt. Sehr gut gemacht. Jetzt komm. Und, oh. Das war ein Tor. Geil gemacht. 3-0. Gerade noch. Ich habe gewartet hier. Mich juckt der Fuß. So. Ich komme runter. Ich baue sie. Nein, das macht ein Eigentor oder was. Das ist so schwierig hier. Also, war es halt schwierig. Es geht eigentlich einfach zu bedienen, aber... Nein, rette ihn. Nein, das war ein Eigentor von mir, du. Nein. Ich konnte ihn nicht retten. Der hat mich reingezogen. Das war eher Team-Boom oder was? Nein. Die machen eh wieder einen Scheiß. Die flitzen jetzt schon. Tor. 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 Geil. Aus dem Hinterhalt und Drehung. Ich wollte eigentlich drehen, aber das ging nicht. Mit dem... Ich konnte keinen Turbo. Ich muss ein bisschen Turbo einsammeln. Was tut er hier bei mir? 5 zu 1. Ja, drei Tore schon, oder? Oh, das war nicht schön. Das war nicht schön. Die springen. Warum macht denn die das? Oh, voll. Voll daneben, oder? Und jetzt räumen wir nochmal auf. Sieg. Wenigstens Sieg. Gewinner. Er hebt ab. Ein Eigentor hat er gemacht. Stufe 5 haben wir erreicht. Sehr schön. Ach, das ist ein geiles Spiel. So. Neues Item. Ungewöhnlicher Drop. Belohnung-Item. Jetzt öffnen. Wenn du jetzt die Kiste öffnest, verlässt du das derzeitige Spiel. Bist du sicher? Ja. Ja. Jetzt haben wir aber unsere Ding nicht gesehen. Hätten wir ein bisschen warten müssen. Ich wollte eigentlich meine Statistik sehen. Mögliche Inhalte. Ungewöhnlicher Drop. Haben wir das jetzt bekommen? Wenn du diesen Drop öffnest, erhältst du ein zufälliges gewähltes Item. Ja. Zippy. Räder selten. Also die Räder sind da neu. Okay. Anlegen. Bastler. Drop öffnen. Sonst kann ich nichts öffnen, oder? Zurück. Und ich wollte eigentlich meine Statistik sehen. Die wären mir wichtiger gewesen, wie die Räder. Profil. Replays. Ich wollte die Statistik sehen. Statistik. Liga-Liste. Statistik. Wo sind wir denn überhaupt? Fünf gespielte Matches. Erfahrungspunkte. Fünf. Viertausend. Viertausend. Vorlagen. Ich habe ja mehr. Ich habe ja in den letzten Spielen auch schon Vorlagen gemacht. Und müsste ein normalischer Passe dem war. Paraden. Eins. Torschüsse. Sieben. Hereingaben. Fünfzehn. Ah, das war Hereingabe. Dann zählt das alles hereingabe. Wenn man. Und keine. Befreiungsschläge. Sechs. Also diese habe ich jetzt Ranglisten-Liga. Ich wollte eigentlich die Spielerhymne wählen. Aber Tabellen. Karriere. Replays. Ist jetzt da Replays immer noch nicht. Muss man da eine Taste drücken zum Replayen. Hätte ich zugehend gesehen. Ist die Tabelle. Wahrscheinlich sind wir nicht erster gewesen. Weil wir haben zwar zwei Tore geschossen. Der andere hat aber drei glaube ich. Gemacht. Von daher. Wird er ein bisschen besser gewesen sein. Werde ich am zweiten Platz gekommen sein. Denke ich mal. Aber es hat auf alle Fälle wieder sehr viel Spaß gemacht. Es ist auf alle Fälle ein Daumen nach oben wert. Bei mir gibt es beide Daumen nach oben. Für dieses Spiel. Das ist super. Epic Games. Von Epic Games. Und. Also man muss sich in die Epic Games mit anmelden. Wo man auch Fortnite spielt. Aber da ich ja den Account hatte. Jetzt ging es so schnell. Und. Also. Von mir. Bekommt das Spiel. Von zehn möglichen Punkten. Auf alle Fälle. Alle zehn Punkte. Weil da macht alles Spaß einfach. Und. Ist einmal was Neues. Fußballmäßig. Mit Autos. Ist einfach geil. Aber ich muss noch üben. 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 Und bis dahin. Und wer natürlich in das Extreme Team. Dazu gehören will. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Es kann jetzt noch ein paar Folgen normal weitergehen, bis sich die ersten finden, weil ich spiele ja jetzt erst einmal ein paar Spielchen so dahin, auch wenn es keiner noch weiß, aber bis dahin, Leute, wir sind extrem unterwegs, extrem, das Team, also bis dahin kostenlos unterladen dieses Spiel und dann könnt ihr mit mir spielen, also, oder gegen mich vielleicht mal, ein 1 gegen 1, schauen wir mal, also, oder 2 gegen 2. Wir werden es sehen, also, bis zum nächsten Mal, ihr wisst Bescheid, aus dem XM Studio, euer Robin Sack, danke fürs Zusehen und tschüss, bleibt gesund, also, jetzt, macht den Kasten aus, ihr seid immer noch da, da muss ich jetzt machen, also, tschau, tschüss.